Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Bleiben Sie auf! Bleiben Sie auf! Bleiben Sie auf! Heiliger Mann! Nein! Leider zu doof zum Kacken! Ach, sehr gut! Ich meine, die... ...die an sich selbst befreien können! Beulerraum! Das an der Tür! Von einer Seite verriegelt! Jetzt natürlich Blassene! Sie raten im Labyrinth! Hat man noch Tierversuche fördern oder was? Ich soll doch spacken! Viele Patienten mit Schizophrenie oder Wahnvorstellungen haben in der Isolationshaftung vor Schritte gezeigt! Ihr wisst Bescheid! Ihr wollt mich doch eh nur alle failen sehen! Kann ich verstehen! Ich bin bei mir das gleiche! Ich soll die hier runter... Ich weiß noch nicht genau warum! Ich weiß noch nicht genau warum! Ich komme hier wieder! Ich mache neben mir den Dampf... ...Handsdampf weg! Okay! Ok! Jetzt komme ich da nicht mehr lang! Weil das ist eigentlich so schlimm! Dann drüge ich jetzt dieses Ventil wieder! Versperr den Weg zur Leiter! Achso, da war ich schon! Was habe ich hier? Ach, Stolperdraht! Ja, davon habe ich genug! ich hier richtung und hier was ist darunter da komme ich nicht lang ich weiß nicht was da drunter ist ein Ventil und noch ein Rohr aber das Rohr brauche ich gerade nicht ich benutze meinen Schuhschuhschläger wie gesagt Schläger die Tür geöffnet ok Kontrollpunkt bitte danke schau sie das ist das Lauf perfekt du hast du du hast es zu du hast du hast es du hast du hast Nein, die war doch aktiv. Ich bin rückwärts in meinen Tod gelaufen, Freunde. Bitte sagt es keinem. Das Spiel ist echt nicht leicht. Das passiert mir nicht normal, Freunde. War ein Witz. Das war kein Witz. Hoch. Klar, ich helfe dir kein Problem. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Oh Gott. Der hat mich da richtig reingepuncht, der Penner. Okay, ich muss nicht alle auf einmal zünden lassen, sondern abwarten. Okay. Das passiert mir nicht normal. Doch, das passiert mir sehr oft genug. Aber hey, ihr seid es gewohnt. Ganz ehrlich, für 2009 ist das Spiel echt nicht leicht. Besonders ist es für mich blind. Ich habe damals das Mitsplay 2015, 2016 von Bruder dazu gesehen. Und da hat er auch... Mein Bruder ist ein guter Spieler. Ich nicht. Ich bin nur ein einfacher Streamer. Aufgabe. ugi, sch00 Engine nach precautions. Gibt es wieder ab. Nach Poseiduze zu sehen? Sch ist ein guteragesst業 learned anders. Ach. Ba Kursch! Das war's für heute. Da war aber kein Schlüssel. Wo bist du? Da! Fast! Ich hatte nichts vor, ihn mit dem Stein zu töten. Wo ist mein Schläger? Wo ist mein Schläger gelassen, du Penner? Da! Da! Ich muss wieder... Um... Nein. So. Alter Schwede, da ist das eh... Okay, ich arbeite mal damit. So. Die Sache ist halt, wenn ich das hier drehe, drehe ich halt alles. Das heißt, ich muss so arbeiten. So. Ich gebe dir mal ein komplett anderes Wort da. So. Damit arbeiten wir jetzt. So. Was geht denn da rüber? So, nee. Das heißt, der ist komplett falsch. Das heißt, wir müssen den damit verbinden. Den damit. Mr. No hat mich mit Prime abonniert. Dankeschön. Hi Dennis. Das heißt, der ist noch frei. Nudeln Mann. Damit kriegen Sie Spaß. Nudeln. Hi. Hatten wir frei. Hätten wir noch frei? Dankeschön. Ey, schon diese Woche, zweiten Prime Sub. Und natürlich auch, wenn du irgendjemand da gerade zuguckt, Nudeln. Nudeln. Mal einen Prime Sub frei habt und denkst, okay, der Typ kann es gebrauchen, gerne her damit. Ich bin nämlich der beste in Rätseln. Ne, überhaupt nicht, ich bin halt echt kacke in Rätseln, aber das ist völlig in Ordnung. Das unten verbindet nichts. Das verbindet alles nicht. Ich brauch theoretisch den, Freunde, das... Und wenn ihr den Stream vorher schon verpasst habt, die ersten, weiß ich nicht, die erste Stunde. Und erst dann eine halbe Stunde da zuguckt. Alle paar, also der ganze Stream wird in Parts geschnitten auf YouTube CharlieBossTV hochgeladen. Da könnt ihr alle Streams, Sachen, Folgen angucken, weil ich bin halt echt kacke und bin jetzt schon, weiß ich nicht, in den anderthalb Stunden schon 20 Mal gestorben. Kann ich das Rätsel mal probieren? So. Jetzt ist Prinzessin Maria mal dran, sie probiert das Rätsel jetzt auch mal. Das schau ich mir an. Seid wie Mr. No, guckt euch die Videos auf YouTube an. Hey. Und natürlich vielen Dank für deine Unterstützung, Alter. Ist ja nicht selbstverständlich, ne? Gerne, gerne, sagt er. Gerne, gerne. Ja, dieses Projekt wird ohne Facecam, ohne Banner und auch ohne Chat im Spiel sein, weil ich das halt unpassend finde, wenn es ein Horror-Rätsel-Spiel ist. Dass da auf einmal so ein riesen Van im Kopf da reinguckt. Und reicht ja schon, dass ich mich gerade zu Tod erschrocken habe, weil Dennis so großzügig war. Oder ist. Ähm, ja. Das Beste ist, auf YouTube ist alles Uncut. Was ich halt noch feier. Dieses Uncut-Let's-Play. Okay. Jetzt sehe ich doch das. Das ist gar nicht verbunden. Ich probiere der Bestes. Ich habe schon aufgegeben. Ja, ich gebe mein Bestes. Ist jetzt verbunden, ne? Ja. Das Schwierige ist nämlich, glaube ich, du musst vorausschauend denken. Und ich denke nie vorausschauend. Das scheint schon richtig zu sein. Aber das jetzt ist echt. Kriegt auch noch was. Sie kriegt das hin. Ich muss das hin. Und auch wenn es ein 20 Minuten Part ist oder 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde so geht. Dann ist es wirklich einfach Uncut in der Folge. Und man denkt doch, oh Gott ist der Typ doof. Ja. Dafür trauen mich ein paar Leute. Ich bin doof. Aber ich bin doof. Ich bin doof. Genau. Vielleicht übersehen wir auch irgendwas. Ich finde es ja kacke, dass man es nicht feststellen kann. Aber es ist halt echt nicht einfach. Und Freunde, wenn ihr mich auch im Stream unterstützen wollt, einfach den Tab auf Stumm schalten. Nicht den Stream auf Stumm schalten, weil sonst werdet ihr ihn nicht als Viewer erkannt. Das ist sehr wichtig, das nennt man den Lurk. Einfach Stream Lautstärke hoch. Oben auch den Tab rechtsklick. Webseite stumm stellen. Oder stumm schalten. Ihr habt es geschafft. Bitte schön. Danke schön. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall unterstützen, so dass Twitch aussieht. Das man kein kleiner Fisch ist, sondern ein kleiner Kupi. So, jetzt in eine Falle rein. Dann höre ich auf. Dann höre ich einfach auf. Hab ich dann schon lange gemacht, aber dann höre ich einfach auf. Ich will jetzt einfach nen Scheiß-Kontroll-Punkt haben, bitte. Also ich möchte untersuchen. Sicherung, Stolperdraht. Patrone. Ich will jetzt noch was überschieben. Ein Brechheisen. 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 Ich dachte, das war was wichtiges. Äh, aktiviert. Okay, dann ist das nicht aktiviert. Okay, jetzt hätte ich mich theoretisch auch einschließen können. Nee. Bumm, tot. Der hat mich auch gerade da reingeboxt, der Sack. Das weiß ich. Kann sein, wenn wir da wärmen gemacht. Der hat mich da auch reingeboxt und bin auch nochmal gestorben. Seid wie Mr. No? Ich schau dir fast ne Stunde schon mit Sound zu. So, 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 so sagt er Tschakka. Ach der Dennis. Oh Gott. Was? Nee, sehe ich nicht. Wo komm ich her? Wo muss ich hin? Ok, dann hab ich halt hier lang.